Oh, Ash, du hübscher Punk-Junge. Wenn du nur mir gehören würdest. Das ist nicht Itzi-Bitzi. Hey, Tom Holland, hier ist Spider-Girl für dich. Mein Retter. Warte, wo gehst du hin? Hm, da braucht wohl jemand die Hilfe meiner dunklen Magie. Wow, ist das ein Friedensangebot? Angenommen. Hä? Oh, cool, aber ich übernehme keine Verantwortung für unerwünschte Folgen. Oh, man sagt nicht umsonst, sei vorsichtig, was du dir wünschst. Aber keine Sorge, du bist in guten Händen. Ich weiß, was ich tue. Ichita, Kopita. Medica Mystica. Du brauchst jeden Bonus, den du kriegen kannst, Softie. Hm, du bist bereit. Kumpel, schau dir das an. Oh, ich hoffe, Ash mag meinen neuen Look. Ich hab das Gefühl, dass es gut ankommt. Rock'n'Roll, Baby. Yeah. Oh, oh. Ich hatte eine andere Reaktion erhofft. Was zum... Sie hat mich reingelegt. Ich bin so dumm. Ich werde nie wieder jemandem trauen. Sorry, not sorry. Oh, mein Leben ist ruiniert. Das ist wohl der Preis für meine Dummheit. Und das Zeug geht nicht mal ab. Ich bin verflucht. Moment mal, vielleicht bin ich es doch nicht. Ich brauch dringend diesen Tattoo-Entferner. Hä? Wow, das ging aber schnell. Oh, ich hoffe, das funktioniert. Mal sehen, was starker Glaube bewirken kann. Ich muss sagen, es fühlt sich sehr luxuriös an. Ich sollte wahrscheinlich die ganze Tube auftragen. Wow, das wäre ein tolles Halloween-Kostüm für die Oscar-Verleihung. Igitt, gut, dass ich die los bin. Oh, oh, willkommen zurück, Lilly. Aber was ist das? Warum ist das nicht abgegangen? Das kann nichts Gutes bedeuten. Oh, eine Nachricht. Oh, oh, ich kann's nicht glauben. Ash bittet mich um ein Date. Das lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Oh, oh, aber so kann ich nicht gehen. Zeit, aus Zitronen Limonade zu machen. Eine kreative Seele kann nicht aufgehalten werden. Ah, dieser feuchte Schwamm bewirkt Wunder. Funkel, funkel, kleiner Stern. Aber ich hab was Besseres. Lila ist meine Lieblingsfarbe. Jetzt ist es eine Sternenkonstellation. Mach dich bereit für diese Hammerfrau, Ash. Oh, ich kann euch nicht da liegen lassen. Wart mal, ich glaub, ihr wollt mich auf eine Idee bringen. Lila-Lidschatten passt perfekt zu meinen Sternen. Ich hab Hunger. Oh, mhm, mhm. War nur ein Scherz. Das dauert eine Weile, aber es lohnt sich. Und voila. Burn, Baby, burn. Danke, Freunde, ihr habt hart gearbeitet. Ich muss meine Hände ruhig halten. Ich will nichts ruinieren. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schärfste im ganzen Land? Aber nicht mit diesen Lippen. Ich weiß aber, wie ich das Ganze ändern kann. Habt ihr schon gehört? Ombre ist wieder voll im Trend. Rosa ist für Softies. Lila ist für Baddies. Gut, dass ich den Aquarellkurs belegt habe. Weg mit dir. Du machst mich ganz nervös. Oh nein, wann ist das denn passiert? Jetzt muss ich neue Klamotten finden. Warum musste das passieren? Hm, da kommt mir wieder eine Idee. Oh ja, einen Versuch ist es wert. DIY ist die Antwort auf alle Probleme, Mädels. Glaubt mir. Hallo, Jack, der Kürbiskönig. Das ist aber eine niedlichere Version. Damit solltet ihr besser vorsichtig sein. Ich meine, passt auf Mamas Lieblingsmöbel auf. Wow, die Magie der Haushaltsgegenstände, stimmt's? Hm, es muss noch etwas nachgebessert werden. Lass es schneien. Es ist nie zu früh für die Weihnachtsstimmung. Zeit für den letzten Schliff. Hals- und Beinbruch. Hallo, neuer Freund. Du bist bestimmt auch aufgeregt, Ash zu treffen, oder? Das beste T-Shirt aller Zeiten. Wer ist eine Fashionista? Ich. Jedes Meisterwerk sollte geteilt werden. Smells like Teen Spirit. Yeah. Dieses Mädchen weiß, wie man sich auf ein Date vorbereitet, Leute. Und teilen. Ah, Ash hat mein Foto geliked. Yeah. Oh, oh. Oh nein. Das sind nicht die zerrissenen Jeans, die ich wollte. Was mache ich jetzt? Oh, oh. Ah, ouch, ah. Was macht das denn hier? Steht Mama jetzt auf Voodoo-Zeug? Hä? Hey, ich weiß, was zu tun ist. Mehr Grungy geht gar nicht. Meine Jeans sieht besser aus als je zuvor. Das hätte mir echt mal früher einfallen können. Aber besser spät als nie. Ah, oh nein. Mir läuft die Zeit davon. Oh, oh, ouch. Was lachst du so? Komm her. Mobbing ist nicht erlaubt. Zur Strafe wirst du mir helfen, meine Schuhe zu verwandeln. Hä? Oh je. Es ist alles verheddert. Ah. Ich stecke fest. Komm und rette mich, Ash. Aha. Er schreibt mir tatsächlich gerade. Oh nein. Ich hoffe, er sagt nicht ab. Was meint er damit? Warum schreibt er so kryptisch? Kapiere ich nicht. Ah, süße Lilly. Egal. Ich frage ihn, wenn wir uns sehen. Oh, endlich. Es ist nie zu spät, neu anzufangen. Ich glaube an zweite Chancen. Natürlich sollte auch etwas von meinem alten Ich in diesem neuen Style zu sehen sein. Ich nenne diesen Look süß, aber psycho. Sneakers aufgepeppt. Oh, Pastellnägel passen definitiv nicht zu diesem Look. Hm, aber inzwischen bin ich ein echter Umstyling-Profi. Dräng mich nicht so. Okay, aber ich muss mich echt beeilen. Ich darf nicht zu spät zum ersten Date kommen. Wie habe ich das alles hier reinbekommen? Oh, ich erinnere mich. Mama war total sauer auf mich, weil ich mein Zimmer nicht aufgeräumt hatte. Oh, zum Glück gibt es Lifehacks. Puh, hier ist er. Hoffentlich ist er nicht ausgetrocknet. Die rechte Hand ist einfach, aber die linke ist knifflig. Neues Gothic-Level erreicht. Aber warte. Gen Z definiert das Ganze komplett neu. Alles auf den neuesten Stand bringen, nicht wahr? Und die Liebe ist die Antwort darauf. Wow, wann ist das denn passiert? Egal. Was? Die Probleme eskalieren langsam. Bitte, Haargel. Hilf mir, meine Probleme zu lösen. Bad Hair Days sind hier nicht erlaubt. Mehr ist mehr, Leute. Minimalismus führt uns an der Nase herum. Etwas Feenstaub. Das habe ich Tinkerbell zu verdanken. Jetzt muss ich es gut mixen. Zeit ist zu trinken. Keine Panik, das war nur ein Scherz. Ich werde diesen Haarmocktail natürlich nicht zu mir nehmen. Ich trage ihn nur auf diese Stellen in meinem Haar auf. Born to be wild. Oh wow, und ich dachte, meine Frisur wäre fertig. Die Rock-Legenden müssen mir das geschickt haben. Sie unterstützen mich voll und ganz, was? Aha, bringen wir die an. Fertig und fertig. Oh, komm schon, 30 Minuten. Ich muss den Sonic-Modus aktivieren. Und wieder kommt Hilfe von Ash. Was Mädchen nicht alles für ihren Schwarm tun, nicht wahr, Ladies? Dieser Hack ist für alle, die noch nicht bereit sind, sich zu binden. An ein Piercing meine ich. Shake it off. Shake it off. Egal auf welche Art von Musik man steht. Taylor Swift ist unbestreitbar eine Königin. Oh, ich habe nur noch 10 Minuten. Beeil dich lieber, Lilz. Sweet dreams are made of this. Wer ist jetzt der Boss? Hä, was? Ah, lass mich los. Oh, du willst mitkommen? Okay, ich glaube, das lässt sich arrangieren. Da kriege ich richtig Lust, Gitarre zu lernen. Oh, lauf, Forrest, lauf. Schätze, ich bin noch früh dran. Ich kann Ash nämlich nirgends sehen. Ich schreibe ihm besser, dass ich schon da bin. Warte, er ist schon hier? Wie ist das möglich? Hä, was? Lilly, bist du das? Du hast das alles für mich gemacht. Zwei dumme Ein-Gedanke. Ups, das hätte ich fast vergessen. Ich habe Blumen für dich. Der ist jetzt sicher, da's denn sie in die Richtung. Oh, das ist doch wohl... Und nicht so kurz wenn du das könnt.